Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotchilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um Paragon Kisten und zwar will ich wieder 5 aufmachen und wir haben auch schon eine vom neuen Patch dabei, eine von 8.2. Und zwar hatte ich eigentlich schon 2 von den Kisten, eine von Mechagon und eine von, ja, von den Anquanern. Das Problem an der Geschichte ist, ich habe blöderweise missklickt und die von Mechagon schon aufgemacht und beide Pläne rausbekommen. Also hier für das Pläne Achievement habe ich die beiden rausgekriegt und dementsprechend, ja, eigentlich die Sachen, die ich aus der Paragon Kiste von Mechagon haben wollte, schon bekommen. Eine Essenz brauche ich da noch, aber da muss ich erstmal noch an der 3 erarbeiten. Genau, aber ich habe auch eine von den Anquanern und 2 haben wir jetzt gleich von der Prattme-Admiralität. Da bin ich ja auch noch dran, weil ich das Toy brauche. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, ob ich noch Artefakt-Power aus den alten kriege oder ob ich die hätte vor dem Patch aufmachen müssen. Ja, weil der Hand blitzert ja ein bisschen was geändert, dass man die Artefakt-Power und das Gold nicht mehr direkt aus der Kiste kriegt, sondern davor schon von der Quest. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, was drin ist. Okay, also das Gold und die Dings bekomme ich noch, aber die Artefakt-Power ist nicht mehr drin. Okay, schade. So, jetzt Daumen drücken, hier brauche ich die Dings raus, die, äh, das Toy. Yes, da ist das Toy drin. Nice, nice. Hätte ich jetzt vorher gar nicht mehr die Ding machen müssen. Sehr schön. Das ist jetzt richtig, richtig gut. Okay, dann machen wir die noch auf. Da ist jetzt noch Gold und Dienstmedaillen drin. Jetzt kann ich mir hier noch eine paar, äh, von der Prattme-Admiralität das holen. Die brauche ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich jetzt das Toy schon habe. Gut, jetzt muss ich schon mal eine Fraktion weniger farmen. Jetzt schauen wir mal. Prachtmeer, hier. Spieluhr des Prachtmeers. Stellt kunstvoll gefertigte, aufziehbare Spiele und mit dem Wappen der Prachtmeer auf. Okay, schauen wir mal, was das macht. Wahrscheinlich würde man da irgendwas hören, wenn man... Warte mal. Hört ihr das? Also man hört da schon was. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Aber ihr habt gehört, die Spieluhr, die funktioniert auf jeden Fall. Bloß müsste man da den Sound extrem laut machen und die Musik aus. Sonst ist die Musik halt im Verhältnis so laut, dass man es nicht hört. Aber interessant, okay. Man hat auf jeden Fall eine kleine, nette Spieluhr. Und jetzt haben wir noch eine zweite Paragon-Kiste. Wie gesagt, da kann jetzt eigentlich nichts mehr rauskommen, weil ich ja das Toy schon habe. Und jetzt wird es noch interessant. Und zwar, vielleicht habe ich ja heute richtig Lack. und bekomme aus der Ankuana-Kiste die Dings raus. Also was da drin sein kann, sind zwei... Also ich zeige euch jetzt mal alles, was drin sein kann, ne? Es kann drin sein der zappelnde Fisch. Das ist ein Toy. Das wäre das letzte Item, was ich hier brauche für das Taschenachievement. Das wäre schon mal cool, ja? Es kann ein Mount drin sein und ich glaube sogar noch ein anderes... Oder? Warte mal. Jetzt schauen wir mal, ob da noch ein anderes Toy noch mit drin war. Oder hier Ankuana... Ne, es war ein Toy und ein Mount ist drin, ne? Genau. Oder ne, doch, es sind doch zwei Toys. Hier, die beiden, der zappelnde Fisch und Andenken der Tiefe. Die beiden Toys können drin sein und ein Mount. Und zwar hier dieser königliche Schnappdrache. Jetzt gucken wir mal, drückt mir die Daumen, was drin ist. Nichts von alledem. Ich habe einfach gar nichts rausgekriegt. Okay, ich beschwere mich aber nicht an der Stelle. Wie gesagt, für die Spüluhr habe ich jetzt lang genug rumgefarmt. Und ja, jetzt ist es quasi aus dem alten Content noch das von der Talanji-Expedition. Da muss ich mit dem Hordenschar noch ein bisschen farmen. Und ja, es sind halt quasi zwei Toys, die da drin sein können. Die kriege ich aber schon noch, wenn ich jetzt ein bisschen noch hier in Nassiatar am Ruhfarmen bin. Und ja, das war es mit dem kleinen Opening. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr schon den Schnappdrachen rausgezogen habt. Beziehungsweise eins der neuen Toys. Um so ein bisschen abschätzen zu können, wie die Drop-Chance von dem Ganzen ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.